Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 2. Ja, ähm, also den Erpressern, mutmaßlichen Erpressern, haben wir nicht geholfen. Was letztlich dazu führte, dass sie verstorben sind und sie hatten auch nichts Schriftliches dabei, als dass man bei ihnen hätte was herausfinden können. Ähm, ja, bis zum gewissen Grad dann rumgelaufen. Aber dem traue ich sowieso nicht. Ich mache das... Äh, tut mir sorry, ähm... Für dich habe ich leider keine Informationen. Der Hexer. Hier, anwesend, bei der Arbeit. Hallo, Herr Nathalys. Unter den Temeriern gibt es einen Verräter. Vorsicht, Hexer. Wenn du jemanden des Verrats bezichtigst, solltest du besser Beweise haben. Büssi und Anais. Ja? Bleibt der jetzt noch eher, weil ich dem anderen Kars Köppen nicht geholfen habe. Du hast einen Verräter im Lager, Konstabler. Ich weiß, was der temerische Adel von mir hält. Er liebt mich nicht und versucht permanent, mich loszuwerden. Und so wird es auch bleiben, solange der Thron nicht besetzt ist. Ich spreche nicht von dir. Graf Maravelle ist verantwortlich für Büssis Tod und dafür, dass Anais' Katwin in die Hände gefallen ist. Eine schwere Anschuldigung, Hexer. Dieser Brief zeigt klar, dass Maravelles Männer den Konvoi mit Volltestskindern überfallen haben. Der Junge wurde dabei getötet. Anais wiederum wurde entführt und an die Nilfgaarder ausgeliefert. Warum? Welche Summe, welche Ländereien haben diesen Schmalzbottich, der doch schon trieft vor Reichtum, dazu gebracht, Hochverrat zu begehen? Ich danke dir, Hexer. Du hast uns allen keinen kleinen Gefallen getan, auch wenn die Verhandlung gegen den Grafen ihre eigenen Tücken bergen wird. Dies ist der Stand der Dinge, Baron. Graf Linus Maravelle ist ein Verräter. Er hat uns verraten, er hat Temerien verraten, er hat den ganzen Norden verraten. Endlich bist du klug, Konstabler. Was bin ich froh. Wir müssen dem Grafen zeigen, dass Temerien auch in dieser schwierigen Stunde stark und einig ist. Nun gut, damit ist der weg. Äh, ob's nicht klüger gewesen wäre, dem anderen auch zu helfen und dann letztlich beide wegzumachen, ich weiß es nicht. Belohnung bei Kimber. Dann hätte ich aber keine Belohnung mehr bekommen, wenn die beide tot wären. Aber der hat mich schon allein deshalb aufgeregt, weil der in meinem Durchgang gesessen ist. Diese großzügige Belohnung, die du erwähnt hast, Baron. Ich bin hier, um sie zu holen. Ich habe mich also nicht getäuscht in dir. Ein Strauchdieb zum Anheuern, sonst nichts. Das hinterlässt einen Faden bei Geschmack. Puh. So, also entweder oder heißt es hier. Leider hatten die Erpresser, sollten es wirklich welche gewesen sein, ausreichende Vorsicht vermissen lassen. Gerald fand ihre Leichen pittoresk verstreut inmitten der Pfützen aus ihres Blutes. Damit war diese Spur verloren. Denn Leichen können selten sprechen und sagen praktisch nie als Zeugen aus. Das haben wir auch schon anders erlebt, aber okay. Jetzt ist mir der andere nämlich noch unsympathischer als der, den ich habe hängen lassen. Das Lager hat bewacht zu werden, wie die kaiserliche Schatzkammer. Jawohl, Exzellenz. So. Lasst eine Maus durchschlüpfen und es rollen Köpfe. Was sehe ich da? Das ist doch der Hexer von Riva. Sei gegrüßt. Unsere Wege kreuzen sich reichlich oft. Viel zu oft. Was suchst du hier? Triss. Nichts, was dich anginge. Mach, dass du wegkommst. Was sehe ich da? Sei gegrüßt. Unsere Wege kreuzen sich reichlich oft. Was suchst du hier? Triss Merigold. Eine Zauberin im Lager Nilfgaards? Was vernebelt dir den Verstand? Fistig? Bis zur Lebensmüde. Ah ah. Runter mit dem Schwert, klar? Du hast wirklich Nerven, Geralt. Ja, hab ich. Gehen wir. Eine falsche Bewegung und die Sonne Nilfgaards sieht den Gesandten nie wieder. Meine Leute lassen sich doch hier nicht lebendig raus. Sofern du ihnen das nicht befiehlst, Gesandter. Mir ist, als würdest du genau das tun. Renuald Eb Matzen empfängt seine Befehle direkt vom Kaiser. Er stirbt eher, als dass er dir Merigold her... Aus dem Weg alle, sonst stirbt der Alte. Stehenbleiben! Ich scherze nicht. Ich weiß. Und ich rate dir nicht zu zögern. Töte ihn. Denn wir werden keinen Meter weichen. Renuald. Dem, der mir den Kopf des Hexers bringt, wird der Verdienstorden verliehen. Aber, Gesandter Fitzösterlin! Euer Exzellenz. Befehle aus der Hauptstadt. Oh. Wer konnte damit recht sein? Ja, wir kennen die... Jetzt muss ich euch alle umbringen. Ja, richtig. Worauf wartet ihr? Auf ihn! Mit Gebrüll. Reftier, du hund! Reftier, du hund! Auf Nilfgaard! Ja, blöd. Ich weiß jetzt, dass ich einen Speicherpunkt direkt davor hab. Wo wir uns diese ganze tolle Szene nochmal anschauen dürfen. Äh, ja. Aus dem Weg alle. Auf Nilfgaard! Still, Mordling! Ja! Hey, Mordling! Ah! Ja! Ah! Ja! Ah! Mit gezogenem Schwert kann man nicht speichern. Brief 2 von Fritz Osterländen. Osterhassi. So, Fritz Osterhassi, was hast du denn geschrieben? Nein, nicht das Tagebuch. Das Inventar brauche ich. Zweiter Brief des Abgesandten. Schillert Fritz Osterländs an den Kaiser. Zu Händen seiner Majestät des Kaisers. Meine Referenz, eure kaiserliche Majestät. Nach der je beendeten Visite bei Volterst, er möge in Frieden ruhen, werde ich nun plangetreu hänselt meine Aufwartung machen und ihm dabei euer Angebot unterbreiten. Sein Volk ist zerstritten, er selbst verunsichert, der Adel ungebärdig. Die politischen Sympathien ändern sich mit jedem Stimmungsumschwung. Gegen sie zu intrigieren, kann man kaum als Politik bezeichnen. Auch Renwald ab Matzen murrt gegen den barbarischen Norden. Ich wage zu bezweifeln, dass es eine gute Idee war, ihn herzuschicken. Es ist eurer kaiserlichen Majestät hoffentlich bewusst, dass ich Ab Matzen misstraue und den Verdacht habe, dass er etwas vor mir verbirgt. Als Diener eurer kaiserlichen Majestät schillert Fritz Osterhase. Das Tor ist geschlossen. Es muss doch einen Weg geben. Ja, gegen... muss es wohl geben. Hatten wir das hier alles schon geblündert? Nö, oder? Nö. Da unten war noch eine Kiste. Wir können das hier noch gar nicht geblündert haben, alles. Weil... Ohne hier Stress zu machen, kommen wir gar nicht hier rein. Das ist sie. Ohne hierzu. Ohne hierzu. Ich bin da noch hier. Es wird das hier noch nicht geblündert. Ohne hierzu? Ohne hierzu. Ohne hierzu! Ohne hierzu! Hier sieht man einer, guck. Du könntest hier so einfach rein spazieren. Mach den Kaiser stolz, tötet den Kerl. Auf Messgab. Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Ich wusste, dass die Ecke scheiße wird, weil da haben wir beim letzten Mal auch diesen Angriff abgebrochen. Die Befreiungsaktion. Diesmal ziehen wir es allerdings durch. Es ist jetzt an der Zeit, Triss zu befreien. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach rein spazieren? Mach den Kaiser stolz, tötet den Kerl. Still, Nordling! Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Was heißt jetzt? Was heißt jetzt? Die erste Runde geht ja noch. Das sind vier und dann kommen fünf und dann hoffe ich, gehen ihnen doch irgendwann ihre Leute aus, weil wenn ich da was anderes machen muss, als mich da durchzuschätzeln, dann wird es aber echt unangenehm. So, wir probieren es mal eine Art. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach rein spazieren? Mach den Kaiser stolz, tötet den Kerl! Stilz, Nordling! Aufmeldung! Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos! Ja, es ist, äh, mein Leben ist das leider nicht. Prämpiere, du Hund! Es lebe der Kaiser! Auf mitgab! Für den Kaiser! 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 Schade. Ganz so schlimm fand ich es eigentlich gar nicht, den Kampf. Also schlimm schon, aber nicht so scheiße durchgeführt. Ist ein bisschen dynamischer und der Platz ist ein bisschen wenig, aber geht so. Vielleicht sollten wir, wenn wir dürfen, eine Schwalbe zwitschern. Dafür müssen wir erst eine braunen. So, okay. Weil danach kann ich nicht mehr meditieren. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach rein spazieren? Mach den Kaiser stolz! Töte den Kerl! Nein, ich habe nicht geglaubt, dass das einfach werden würde. Der Kerl ist ein bisschen recker. Ja! Töte den Kerl! Nur, Dominik! Ja... Ja! Ja! Führ den Kaiser! Führ den Kaiser! Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Ich hoffe nicht. Kräppier, du Hund! Kräppier, du Hund! War nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr die Schwalbe dabei hilft. Aber diesmal gebe ich nicht auf. Wir holen Trista raus. Und äh... Ja, zu einer Art. Dann Alchemie. Verstärkt Blutungen. Äh... Die restliche... Äh... Aha. So... Trinken wir die Schwalbe. Dann machen wir unser Schwert noch ülig. Charakterpunkte haben wir auch noch zwei, okay. Achsie-Zeichen. Achsie-Zeichen. Entlastung. Entlastung. Quen-Zeichen richtet reflektierenden Schaden auf mehrere Ziele. Und dann haben wir da eine Igni-Verstärkung. Achsie-Zeichen. 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 Zeichen-Intensität plus eins. Zeichen-Intensität plus eins. Was haben wir denn eventuell hier bei den Waffen noch? mehr Leben. Äh... Energie-Regeneration im Kampf erhöht. Hätte ich gerne. Okay. Getrunken haben wir schon. Gelevelt haben wir auch. Dann speichern wir jetzt noch. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach rein spazieren? Mach den Kaiser stolz! Tötet den Kerl! Stirb, Knobling! Auf Nilfgaard! Stirb, Knobling! Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. So... Äh... Ja... Wäre... Wäre schön, wenn wir jetzt etwas schneller reagieren... Krieg generieren würde. Auf Nilfgaard! Auf Nilfgaard! Auf Nilfgaard! Auf Nilfgaard! Sprung. Oh... Auf Nilfgaard! Wie ist das? 面os! inh... Blöd! tut mir leid dass ich da nicht so viel kommentiere während dem ich kämpfe aber ich probiere so zu tun als wäre ich konzentriert ja ich glaube du könntest hier so einfach rein spazieren macht den kaiser stolz tötet den karl Auf Nilfgaard! Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Auf Nilfgaard! Ist die K Riddle? Hörch-Sida! Hast Du ね? Mist, die Kack. Ich hab mir die hier wieder voll reingebst. Hörchl ... Hm, hm. Ja gut, dann würde ich sagen, ich trainiere doch einmal seelisch, geistig und moralisch und wir sehen uns dann morgen im Großen, ich kriege weiter auf die Fresse, kampfweit wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020